Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.deutsche-rentenversicherung.de Probieren Sie es aus. Tja, hallo liebe Freunde der Wahrheit von der Freiheit. Ich wollte jetzt mal gerade so eben bei der Deutschen Rentenversicherung anrufen, Deutsche Rentenversicherung Bund. Ich hätte da nur eine Frage gehabt. Ich dachte, das ist ja gleich erledigt, mache ich hier unter der Fahrt. Und nun, die Session läuft jetzt bereits, also die Warteschleife Session läuft jetzt bereits 56 Minuten. Also mal so eben mal kurz bei der Rentenversicherung anrufen. Das kann man absolut knicken. Das funktioniert nicht. Ich glaube, da ist keiner mehr daheim. Das muss das System haben. Scheinbar denken die sich möglichst mit einer anderthalbschündigen Warteschleife möglichst viele Anrufe abzublocken. Die geben dann auf. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das ist unfassbar. Das ist kein Zustand. Das muss das System haben. Wenn wir ein hohes Anruf aufkommen, wir bemühen uns, wie schnellstmöglich an den nächsten freien Mitarbeitenden zu vermitteln. So, 56 und halb Minuten jetzt schon. Einfach nur irre. Da ist keiner mehr daheim. Was soll man da noch sagen? Das ist die deutsche Rentenversicherung. Ja, wo wir alle schön brav einzahlen müssen. Zwangsmäßig Arbeitnehmer. Selbstständige ja nicht, aber die Arbeitnehmer. Und ja, ihr seht den Zeitcounter. 57 Minuten sind jetzt schon vergangen. 57 Minuten Warteschleife. Das ist der Hammer. Bis bald. Ciao.